Ihre Arme lagen seitlich nah am Körper, beide Beine waren gerade ausgestreckt. Sie war vollständig begleitet, ihre grau milierten Haare ordentlich zum Zopf geflochten. Sie lag da, als würde sie gerade schlafen. Wäre da nicht das Messer, das in ihrer Brust steckte und die helle Farbe ihrer Bluse und die schneeweißen Bettlaken, auf denen sie lag, blutrot verfärbte. Doch das eigentlich Unheimliche an diesem Tatort waren die fünf Lichter, die im Kreis um die Tote herum aufgebaut waren. Die Kerzen flackerten und warfen groteske Schatten an die Wände. Holmes, sind das nicht solche Kürbisse, die wir heute Vormittag noch mit den Kindern geschnitzt haben? fragte ich erschrocken, als mir endlich auffiel, was das genau war, aus dem das Kerzenlicht so gespenstig schien. Und tatsächlich, alle fünf Kürbisse ähnelten sich in der Größe als auch in der Schnitzerei. Zwei kleine Augen und der Mund bizarr in die Länge gezogen. Mich schauderte und ich schaute zu Holmes. Dieser schritt gerade jetzt jeden einzelnen Kürbis ab, betrachtete sie genau von allen Seiten und begutachtete sogar den Schatten, den sie warfen. Dann ging er zum Fenster und sagte, Sie erlauben? Er wartete allerdings erst gar keine Antwort ab, sondern öffnete ruckartig die Vorhänge, sodass endlich Tageslicht eintrat und das Zimmer hell erleuchtete. Innerlich dankte ich Holmes für diese Tat, sah es in dem Zimmer doch gleich nicht mehr ganz so zum Fürchten aus. Nun, Inspektor Wolford, ich nehme an, die Kürbisse haben Sie etwas aus dem Konzept gebracht und deshalb möchten Sie nun wissen, was ich davon halte, sagte Holmes. Der Inspektor nickte. Und? Was sagen Sie dazu? Ich kann Ihnen nicht sagen, was der Täter damit bezweckte. Was ich jedoch glaube, ist, dass der bevorstehende All Saints Day damit in Verbindung steht. Musik ? Musik Musik –